Heute, was geht ab, Leute? Wir starten das Video mit Noc-Chan. Pum, Psycho-Strucks. Ich brauche immer noch einen 100er, egal ob Krypto oder Erlös. Erlöst natürlich bessere Chancen. Ansonsten jagen wir Shiny Sengo, 100er Labkas und Shiny Fibitis. Schauen wir mal. Ein paar Mal können wir tauschen. Jetzt erst mal das Noc-Chan hier. Wenn ich es schaffe, dann vielleicht noch ein zweites hinterher. Der ist aber zeitlich ein bisschen knapp. So, gefangen. Fällig gefangen. Ich habe eine Quest-Map, eine für Rocket-Stops und für Raids. Und, leider nicht ganz. Ich habe gerade ein paar Noc-Chan-Quests, nicht Quests, wieso sage ich immer Quests? Noc-Chan-Rocket-Stops mitgenommen. Ergebnis schauen wir uns gleich an. Da kam so eine Welle, ein nach dem anderen. Den hier gerade noch so erwischt. Und drei Labras-Quests habe ich auch wieder aufgefüllt. Aber da muss ich noch ein paar Geschenke verschicken. Sengo hier und da angeklickt, unterwegs, aber da hatte ich noch kein Glück. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht, wie es läuft. Habt ihr schon ein Shiny Sengo, Pipitis, Labras? Und natürlich, falls ihr mich über den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar. So, dann schauen wir uns auch mal die Ausbeute an. Es müssten vier sein, sogar. Also, das ist der vierte. Okay. So. Hi-V-Check. Nee. Leider nicht. Ups. Hi-V-Check. Leider nicht. Leider nicht. Nee. Nee. Schade. Das war's. Für Geschenke müssen wir verteilen. 14. Wir sehen uns nach 14 Geschenken. Wir sehen uns nach 14 Geschenken. okay. Also, wir sehen uns nach 14 Geschenken. Wir sehen uns nach 14 Geschenken. Wir sehen uns nach 14 bis 14 geschenken. weiter geht es wir haben hier ein zweiei aber deswegen habe ich euch nicht eingeschaltet sondern um wieder ein paar noch zu testen checken ich habe übrigens vorhin einen luna stein geblütet aber leider nicht scheinig das wäre zu krass gewesen ich weiß gar nicht wie viel ich wieder gemacht habe es fehlt wieder eins willst du mich verarschen alter ganz kurz dachte ich es reicht das ist doch zwölf da unten fuck my life schon wieder 14 15 15 also schon wieder 98 junge wie leidend ist das man wie leidend schon wieder ein wert vorbei lass mich verguckt haben nee ich habe mich nicht verguckt natürlich nicht doppel noch richtig saftig zuerst war nur einer da bin da hingegangen und unterwegs ist noch einer direkt daneben entstanden er ist aber schlecht und wir kommen gar nicht ran ich muss noch mal weiter ok leute weiter geht es ich hole erstmal die drei labras ob 11.31 wollen wir sehen kein glück und auch keine scheinig eigentlich gerade erhöht 11 21 der knappeste bisher zwei noch schon beziehungsweise einen den anderen haben wir schon abgeschickt ich bin wieder zurück ich habe einen kollegen getroffen in dem click rate dann haben wir ein paar runden zusammen gedreht war noch schon zusammen gemacht klick nicht scheinig nicht 100 noch schon nicht scheinig nicht 100 werde ich nebenbei mal ein und jetzt habe ich hier dreimal die vier pittes quest eingelöst zeige ich euch gleich mal nachdem ich hier diese arena schnell angegriffen habe moment ich gehe raus aus dem kampf durch der kollege hat sie auch paar mal gemacht clever japan gleich zum beispiel nicht ganz und anstatt japan mit deutschland macht er zum beispiel japan und amerika oder so und dann ist es über 10.000 so und leider nicht scheinig klinge ein scheinig wir haben nicht so viele chancen schade 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 so wir sind wieder zuhause wieder der nächste morgen wir holen uns wieder die labgas quest ab die von gestern abend auf heute noch gemacht habe 1131 ne 119 ich muss anfangen die zu fangen weil ich glaube mein stapel wird zu voll 1090 und wo sind die scheinen übrigens 1028 was 98 oder was 11.000 also 1128 meine ich natürlich vergesse mal die 1 zu nennen dazwischen 98 knapp das heißt zweimal knapp vorbei weil noch schon 98 haben wir uns auch gegönnt und das übrigens der ist genau derselbe den ich gestern schon hatte hier übrigens gestern abend dann noch ein paar gemacht aber leider keiner dabei gewesen sehr sehr schade 14 habe ich gestern gemacht was schon eine solide zahl ist da der hier 16 57 attack 14 das hat genauso genauso schlecht oder gut wie der den wir schon hatten wir haben uns nicht mal verbessert aber naja irgendwann kommt er schon noch das war es aber von mir leute ich gehe heute noch mal raus aber fokus auf zango shiny den habe ich noch nicht schreibt unten kommt tage wie es bei euch so läuft habt ihr den shiny zango shiny pipitis das ist krass ich treffe mich mit einer kollegen übrigens jetzt noch die kann noch ein bisschen tauschen da können wir uns noch ein paar pipitis gönnen vielleicht haben wir glück und wir klinken shiny pipitis und natürlich hunderter lapras hunderter noch schon und wie immer natürlich immer arena gehen jede arena ich sehe in meinem gebiet die wird platt gemacht euch viel spaß viel glück heute das war's von mir wie immer liken subscribe kommentieren checkt die anderen wie es ab folgt auf instagram facebook twitter checkt den shop ab vergesst nicht pokemon is serious business